Und das, will ich Ihnen noch hinzufügen, ist nach zwölf Jahren Regierungsverantwortung durch die Union alles andere als selbstverständlich, dass wir wieder stärkste Kraft geworden sind. Und natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns, das ist der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Und wir werden hier eine ausführliche Analyse vornehmen, denn wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik.